Vorgelesen Die Amnesist-Erinnerungen von Remember Me Teil 4 Neo-Paris VIPs Edge, der Gründer des Errorismus Ursprünglich nur als ein weiterer radikaler Aufwiegler angesehen, wurde der geheimnisvolle Edge schnell zum Anführer der gefährlichsten kriminellen Organisation der Sensor. Sein Credo? Die von ihm angeprangerte Technologie zu verwenden, um ihre tödliche Gefahr zu enthüllen. Er ist der einzige Errorist, der sich noch in Freiheit befindet, nachdem seine Bewegung zerschlagen wurde. Als Gründer und Anführer der Erroristen ist Edge eine der geheimnisvollsten und gewieftesten Gestalten in Neo-Paris. Die Sabre-Einheit verfolgt ihn schon über Jahre unerbittlich. Dennoch entzieht er sich hartnäckig der Festnahme und verbreitet öffentlich Bekanntmachungen, um seine Taten zu rechtfertigen. Edge wird nicht müde, den öffentlichen Hass auf das, was er kriminelle Amnesie nennt, weiter anzufachen, obgleich seine Mitstreiter verhaftet wurden und seine Organisation zerschlagen ist. Es gibt viele Theorien über die wahre Identität des Anführers der Erroristen. Man glaubt gemeinhin, dass er ein Klimaflüchtling sei, der von einem mobilen Headquarter außerhalb des Meriferiques operiert. Das würde auch erklären, warum er der einzige ist, der sich der Wellet von Festnahmen gegen seine Bewegung entziehen konnte. Seit ihrer Gründung im Jahre 2068 beging die Organisation hauptsächlich Datenraub, Piraterie und Sabotageakte zu Propagandazwecken. Edge und seine Agenten wurden für den Tod von Captain Frank Fallen, dem Befehlshaber der Sabre-Einheit, der unter merkwürdigen Umständen starb, verantwortlich gemacht. Mit Fallens Tod begann die Jagd auf die Erroristen und die Verhaftung aller Mitglieder. Nur der Gründer entzog sich der Rasterfahndung, die den Aktivitäten der Organisation ein abruptes Ende setzte. Als ehemaliger Krimineller, der zum Kopfgeldjäger wurde, ist Kid Christmas einer der beliebtesten Prominenten in Nio-Paris. In nur wenigen Jahren hat der frühere Gedächtnisjäger, der illegal seine Shows für Möchtigern-Nachahme ausstrahlt, ein finanzielles Imperium aufgebaut, um sein eigenes Image zu pflegen. Als Sohn von Eltern, die während des Bürgerkriegs von 40 bis 47 aus der nordeuropäischen Gemeinschaft flohen, wurde er in Boulogne, einem Vorort von Paris, geboren. Der junge Ulf Hansen wuchs in den Ghettos, die für Klimaflüchtlinge gedacht waren, auf. Intelligent und ehrgeizig zeigte er schon als Teenager wahres Talent für das Gedächtnishecken und den Erinnerungsdiebstahl. Er begann seine Laufbahn als Kleinkrimineller und fuhr dann fort, den Standard für das Hacken in der verschworenen Gemeinschaft der Gedächtnisjäger zu setzen. Er wurde unter seinem Pseudonym Kid Christmas zu einer schillernden Persönlichkeit in diesem geheimen Club und etablierte bald seinen eigenen Stil, als er seine spektakulären Raubzüge durch freie Übertragungen in den sozialen Netzwerken des Untergrunds medial zu verbreiten begann. Durch seinen Status als junges Wunderkind des Gedächtnisverbrechens angestachelt und zur großen Freude seiner Fans trat Kid in einer Reihe von Wettbewerben gegen andere Gedächtnisjäger an, die live von Kameras übertragen wurden, die Kid so programmiert hatte, dass jeder seiner Bewegungen folgen sollten. Die Einschaltquoten seiner Christmas-Show stiegen über die Jahre immer höher, bis der Unterhaltungskanal Memmentecht ihm einen Exklusivvertrag anbot, um seine Heldentaten auszustrahlen. Im Gegenzug versprach Kid, nur noch gegen kriminelle und gesuchte Verbrecher vorzugehen. Seither brachte der junge Flüchtling aus Bologna seine eigene Bekleidungsmarke heraus, nahm zwei Musikalben auf und eröffnete eine Drogenberatungsstelle und ein Rehabilitationszentrum mit Sportangeboten für benachteiligte Jugendliche. Kid Christmas hat es mühelos geschafft, in den Mainstream zu wechseln, ohne seinen Ruf als böser Junge und Pirat zu beschädigen. Zugleich ist er zu einem Unternehmer und Entertainer geworden. Seine Kritiker sagen, dass er sich nur noch selten auf einen Kampf gegen andere Gedächtnisjäger einlässt, weil er fürchtet, aus der Form zu sein. Er jedoch grinst nur und erinnert sie daran, dass er im Kampf Mann gegen Mann nach wie vor ungeschlagen ist und jetzt nur noch selten gegen Gegner antritt, weil diese alle in der Festung Bastille eingesperrt sind. Dank ihm. Kaori Sheridan Als weltbekannte Architektin ist Kaori Sheridan verantwortlich für Phönix, ein massives Wiederaufbauprojekt für Neo-Paris, eine Stadt, die durch die Katastrophen und Konflikte des 21. Jahrhunderts stark beschädigt worden war. 2046 in Osaka geboren, etablierte sich Kaori bald als eine der größten Architektinnen ihrer Zeit. Schon in ihren frühen Werken verwirklichte sie ihre Vision einer globalen urbanen Architektur, die auch ästhetische Aspekte nicht vernachlässigen sollte. Beim Wiederaufbau von Städten und Megastädten, in denen ganze Bezirke in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts durch Bürgerkriege und Katastrophen verwüstet wurden, erhielt sie die traditionelle Architektur, wo immer es ihr möglich war, während ihre Mitbewerber eine sehr viel pragmatischere Herangehensweise auf Basis einer Notfallrekonstruktion bevorzugten. Von den Behörden in Neo-Paris eingeladen, um ein umfassendes Wiederaufbauprogramm für die Stadt zu entwerfen, erdachte Kaori das Projekt Phönix, das über 30 Jahre hinweg implementiert werden sollte. Ihre Betonung auf dem Langzeitaspekt rief die Kritik vieler Flüchtlingsorganisationen hervor, die sie beschuldigten, die reicheren Bezirke systematisch eine höhere Priorität zuzuweisen, während die Ghettos und ungesunden Ecken, wie der berüchtigte Slum 404, Areale für die finalen Phasen des Programms blieben. Das ist ein Scheinprozess, sagte Sheridan in einem Interview am 27. Juli 2084 in der Perky-Maggie-Show. Ich habe nie die schöneren Bezirke vorgezogen. Sie sind schön, weil ich sie wieder aufgebaut habe. Die etwa 25-jährige Nilin ist die berühmteste und geheimnisumwobenste Kriminelle in Neo-Paris. Fast nichts ist bekannt über die Erroristin namens Nilin. Selbst Tag und Ort ihrer Geburt sind so geheimnisumwittert, dass man munkelt, sie selbst habe jede Erinnerung und Information, die auf ihre wahre Identität hindeuten, ausgelöscht. Es ist jedoch ziemlich sicher, dass sie sich einen festen Ruf als Gedächtnisjägerin erarbeitet hat, bevor sie sich der Erroristenbewegung anschloss. Verschiedene Aussagen früherer Gedächtnisverbrecher, einschließlich der des berüchtigten Kid Christmas, deuten darauf hin, dass sie seit 2078 einer einträglichen Karriere als Erinnerungsdiebin im Slum 404 nachging. Dort traf sie wahrscheinlich auf Edge, schloss sich den Erroristen an und war bis zu ihrer Verhaftung im Frühling 2084 eine ihrer aktivsten und tödlichsten Agenten. Respekt, kann ich nur sagen, sagte Kid Christmas. Das Mädchen weiß wirklich, wie man mit einem Jagdhandschuh umgeht. Schade nur, dass ihr Talent an eine aussichtslose Sache verschwendet. Madame Ihre Position als Direktorin der Bastille erfordert, dass sie das Pseudonym Madame erverwendet. Sie führt das Gefängnis mit eiserner Hand. Ihre Vergangenheit mag schleierhaft sein, aber ihre herausragende Bilanz hält sie seit ihrer Berufung im Jahre 2074 an der Spitze einer vollkommen neuen Art der Justizvollzugsanstalt. Obwohl es nach wie vor Zweifel an ihrer Herkunft geben mag, wurde Madame 2036 als Astrid Voorhees in Paris geboren. Im Alter von Acht als Weise zurückgelassen, wuchs sie als eine der Überlebenden der dunklen Jahre auf, einer Ära, die von Kriegen und Naturkatastrophen gezeichnet war. Sie tauchte erstmals im Alter von etwa 30 Jahren in den Akten der brandneuen Stadt Neoparis auf, als sie als eine der ersten Freiwilligen einem Saint-Saint-Terminal-Implantat zustimmte, welches es ihr gestattete, im Magistrat zu arbeiten. Sie entwarf das Strafvollzugssystem der Bastille selbst und ordnete das temporäre Löschen des Gedächtnisses der Insassen an. Diese revolutionäre Idee wird durch das allgegenwärtige Sensen möglich, welches es ihr erlaubt, gefügige und nicht gewalttätige Kriminelle zu verwalten und zu kontrollieren. Von der Last ihrer Vergangenheit befreit, widerstehen die Gefangenen der Versuchung, zu einer Außenwelt zurückzukehren, an die sie sich nicht mehr erinnern. Madame wurde zur Direktorin der Bastille ernannt, als diese 2074 eröffnet wurde. Seitdem hat sie einen beeindruckenden Rekord aufgestellt. Während ihrer Dienstzeit gab es dort keinen einzigen Fluchtversuch. Jedoch halten sich hartnäckig Gerüchte über ihren undurchsichtigen Führungsstil und es gibt Beweise, dass, obwohl das Gedächtnis der Gefangenen am Tag ihre Entlassung wiederhergestellt wird, die Erinnerungen an ihren Gefängnisaufenthalt ausgelöscht werden. Eine essentielle Sicherheitsmaßnahme, sagt Madame, um jede von außerhalb organisierte Flucht zu verhindern. Ihre Gegner erklären dies jedoch zu einer abscheulichen Verletzung der Menschenrechte, die in einer modernen Demokratie wie Neo-Paris inakzeptabel sei. Einige bezichtigen sie sogar der Gedächtnisverbrechen an den Insassen der Bastille, aber bislang gab es keinen einzigen Augenzeugenbericht, der diese Anschuldigungen untermauern würde. Als reines Produkt des von Memorize ins Leben gerufenen Gehirntreibhauses war es Simrin Silla Sial immer bestimmt, in diesem prestigeträchtigen multinationalen Unternehmen Karriere zu machen. Nach ihrer Heirat mit Charles Cartier-Wells kletterte sie schnell die Leiter an die Spitze des mächtigsten privat geführten Konzerns hinauf, den sie schließlich mit eiserner Hand leitete. 2037, als Kind einer indischen Mutter und eines äthiopischen Vaters in Delhi geboren, wuchs Simrin Sial in einer wohlhabenden Familie von IT-Experten auf, die bei Memorize angestellt waren. Ihre schwierige Persönlichkeit veranlasste ihren Vater, ihr den Spitznamen Silla zu geben, ein Pseudonym, das an ihr haften blieb und das sie später formell als ihren Vornamen annahm. Silla Sial hielt die Familientradition in Ehren und studierte Computerwissenschaft am Gehirntreibhaus in Delhi, das von Antoine Cartier-Wells gegründet wurde. Sie folgte ihrem Vater nach Neo-Paris, der dorthin versetzt wurde, als der multinationale Konzern 2052 seinen Hauptsitz zurück in die wieder aufgebaute Hauptstadt verlagerte. Hier traf sie auf Charles Cartier-Wells, einen jungen und brillanten Wissenschaftler, der bereits an der Digitalisierung von Erinnerungen forschte. Sie schloss sich 2056 seinem Team als Assistentin an und im Jahr darauf heirateten sie. Nach der Geburt ihres ersten Kindes blieb sie bis 2064 die Assistentin ihres Ehemanns, bis sie bei einem schweren Autounfall ihr linkes Bein verlor. Nach vielen Monaten der Rehabilitation und plastischen Rekonstruktion nahm sie ihre Arbeit im Hauptsitz von Memorize wieder auf und wurde im Frühling 2065 Mitglied der Geschäftsleitung. Genau zwei Jahre nach ihrem Unfall wurde sie zur Vorstandschefin ernannt, dem Kopf des Konzerns. Eine Position, die sie immer noch inne hat. Als Mensch weniger Worte und mit wenig Zeit für soziale Nettigkeiten baute Silla Cartier-Wells ihr Image als eine Frau auf, die sich vollkommen ihrer Arbeit und ihrem Konzern hingibt. Unter ihrer Führung wurde Memorize zur berühmtesten und erfolgreichsten wirtschaftlichen Machtzentrale der Welt. Olga Sedova Olga Sedova ist eine auf das Aufspüren gefährlicher krimineller spezialisierte Kopfgeldjägerin und gehört somit zweifellos zu den Besten in ihrem Bereich. Sie und ihr Ehemann David sind die berühmtesten Fährtensucher in Neoparis. Die ursprünglich aus der Ukraine stammende Olga Sedova erlangte als Kopfgeldjägerin in dem Duo, das sie mit ihrem Ehemann David gründete, Berühmtheit. Sie lernten sich während der turbulenten Jahre des Wiederaufbaus von Neoparis kennen, als Polizeioperationen privatisiert wurden und es zu einem starken Zuwachs an Kopfgeldjägern kam, die sich verpflichteten, die Anordnungen des Rechtssystems durchzusetzen. Sie schlug vor, ihre Expertisen zu vereinen und aus dem Paar wurde eine berüchtigte, effektive Partnerschaft. Für seine Effizienz und Erbarmungslosigkeit bekannt, brach für das Duo während der großen Erroristenjagd von 2082 ein goldenes Zeitalter an. Sie nahmen 37 Erroristen fest, ein Erfolg, der ihnen im selben Jahr die »Tot oder lebendig« Auszeichnung einbrachte. Aber es liegt ein Schatten über der beeindruckenden Statistik des Sedova-Paares. Gerüchten zufolge wird David von einer Erinnerungsstörung geplagt. Er hat nie ein Geheimnis aus seiner Sucht gemacht, die er in seinen frühen Fährtensucherjahren entwickelt hat, als er die Erinnerungen seiner Ziele in seinen eigenen Geist implantierte, um sie besser zu verstehen und effektiver aufspüren zu können. Er hat sich in den letzten Monaten aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen und lässt Olga allein flüchtige Kriminelle verhaften. Eine Aktivität, der sie nach wie vor mit grausigem Eifer nachgeht. Charles Cartier Wells Als ein wahres wissenschaftliches Genie folgte der Erbe der Cartier-Wells-Dynastie unermüdlich seinem Bestreben, eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erschaffen. Als Erfinder des Sensens lebt Charles nun im Herzen der Memopolis-Türme. Sein erstes Gemeinschaftsprojekt basiert auf den permanenten Teilen von Erinnerung und Gedächtnis. Als Sohn von Antoine Cartier Wells, der 2012 Memorize gegründet hatte, führte Charles natürlich die Forschung der Familie in Bezug auf die Kontrolle neuronaler Schnittstellen fort, die das Vermögen des Konzerns begründet hatte. Als der brillante Wissenschaftler, der er war, wandte sich Charles bald vom Finanzmanagement seines Imperiums ab, um sich allein auf die Forschung zu konzentrieren. Im Frühling 2064 vollendete er die Arbeit seines Vaters an der Digitalisierung menschlicher Erinnerungen und läutete so das Zeitalter des Sensens ein. Charles Cartier Wells wurde scharf kritisiert, als er die Kontrolle über das Familiengeschäft seiner Frau überließ, um sich auf die Modifikationen und speziellen Anwendungen für den Sensern zu konzentrieren. Allmählich zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um sich voll und ganz seiner Arbeit über das Teilen menschlicher Erinnerungen zu widmen. Die ersten Experimente seines In-Vivo-Konzepts begannen 2074 als Ort des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, das auf den permanenten Teilen der Erinnerungen seiner Bewohner basiert. Das Memopolis-Projekt hatte ein dreiteiliges Ziel, architektonische, technologische und soziale Experimente. Im Zentrum dieses Gerätes versteckt, in einem abgeschlossenen Raum der Konzeptwürfel genannt wird, träumt Charles Cartier Wells noch immer von einer hochentwickelten Menschheit, die von all ihren alten Ängsten befreit und bereit ist, sich den überwältigenden Herausforderungen der Zukunft zu stellen.